Und Zeit stoppen und so. Tempel? Da stehen so drei Typen vor seiner Hütte. Das macht schon einen gruseligen Eindruck. Hier war ich auch schon so ewig nicht mehr. Da hat sich auch schon einiges verändert. Ja, hier hat er sein Tempel. Was sind das denn für? Das ist Horst der Tapfere. Paul der Mörder. Sully? Schöne Namen. Er hat sich hier richtig was gedacht. Er hat hier so Auffahrrampen gebaut. Ja, das ist cool. Ja, wir stehen mit dem Gaul da hochlaufen. Ich verstehe nicht, warum hier dieses Fundament an der Seite ist. Ach, hier ist ein Geheimgang. Guck mal. Geheimgang? Hier ist ein Geheimgang. Ja, aber da kommt er nicht weit. Pzig. Das ist ja was. Er ist ja auch so komisch angezogen. Was habt ihr da für eine Rüstung? Das ist, ähm, warte. Das ist, ähm, jürkanische Plünderer Rüstung. Aha. Ja. Dann halt gefärbt, ne? Guck mal, hier oben ist auch eine. Hier oben ist auch nochmal Freya. Das ist aber nicht meine Freya. Hier betet eine vor dem Altar. Wie cool. Wie hast du das denn gemacht? Ist das eine Priesterin, die du hast? Ja. Ach, cool. Nicht schlecht. Hier oben steht auch noch eine Freya rum. Ja, ja. Ich schnetze sie alle ab. Die ist rot eingefärbt. Und... Okay, na. Du ahnst es aber auch nicht. Der hat auch Sklaven hier abgeholt, ey. Wo ist denn jetzt der Ein- und Ausgang hier? Hier hinten ist kein Ausgang. Da habe ich komplett zu. Ach ja, hier gefährlich. Und bei dem Monster hast du komplett zugemacht. Wow. Ja. Das ist ja Hammer. Ich komme echt nicht hinterher bei euch. Ihr zieht mir so weg. Cool. Der hat ja auch schon einen Kartentisch. Ja, wir waren doch letztens im Durst und haben ihm auch den Kartentisch geholt. Unfassbar. Die Frage ist jetzt, von wo aus greifen die an? Ihr spoilert alles. Teleportieren. Wo kann ich denn dahin teleportieren? Ja, die greifen von dahinten an. Die laufen an den Postgegner vorbei. Ah, da bin ich ja mal gespannt, ob der jetzt was macht. Ich glaube, der triggert nicht. Nicht? Nee, ich befürchte nicht. Aber ich möchte den nicht... Aber zu dritt, vielleicht könnten wir den sogar rausfordern. Guck mal, die laufen da dran vorbei. Ich fall fast runter hier. Die laufen echt dran vorbei. Das ist ziemlich unpraktisch. Wo seid ihr denn jetzt runtergegangen, Leute? Einfach gesprungen. Es gibt keine Auswege. Hat da keiner gebaut bis jetzt. Ich hatte einen, ich hab den wieder zugemacht. Jetzt find ich aber keinen Ausgang zum Runterspringen hier. Wie schade, dass die den Postgegner nicht mitnehmen, oder? Ich verpasse hier wieder alles. Das ist cool. Einfach, weil ich mich verlaufe. Wir springen ins Wasser. Da passiert nicht so viel, oder? Das ist cool. Oh, jetzt hat der Boss irgendwie... Jetzt ist er erwacht. Oh, jetzt ist er getriggert worden. Auf wen geht er jetzt? Auf dich? Scheiße, ich hab meinen Bogen nicht dabei. Oh, fuck. Doch, hab ich. Aber jetzt sagt nicht, wir müssen gegen den Boss jetzt kämpfen. Ja, ich lock den weg. Bring ins Wasser. Aber wir sind doch zu dritt. Schaffen wir das nicht? Ähm, ja, vielleicht. Wir sind zu dritt. Wir haben alle namenhafte Typen dabei. Ja, es wird dummerweise auch wieder dunkel, wie üblich. Dann gehen wir zurück. Alle auf dem Boss, oder was? Das ist wahrscheinlich unklug, halt, während der Purge das auch zu machen, ne? Ja, weißt du, ich jetzt schon. Würde ich so sehen, ja. Wir können ihn danach gerne versuchen, aber... Also, wie kommen wir jetzt davon weg? Hier ist noch ein Puzzi. Ins Wasser, oder? Ja, irgendwer muss seine Akku ziehen und ihn von hier wegholen. Wir raten, der schwarzen Hand besiegt. Okay, das ist schon mal gut. Naja, den jetzt auch da. Aber ich glaube, die formieren sich neu, oder? Ja. Aber es ist schon ein geiles Szenario hier, so beim Mondenschein, das Ding zu besiegen. Ui. Eigentlich ein Holzwesen würde da nicht irgendwie ein Feuer irgendwas bringen. Wahrscheinlich. Gibt es sowas wie Feuerpfeile? Ja, ich weiß nicht. Was macht der denn da für Äste? Boah, der macht aber einen doofen Damage. Komm, die Hälfte haben wir schon fast. Wir sollten auf jeden Fall auch die Sklaven ein bisschen Wettbewerb behalten. Ja. Nicht, dass die gleich... Hier einer musste weggezogen werden. Ich glaube, er ist gerade gestorben. Wer war denn da? Mich. Mich. Immer im Nahkampf mit dran. Okay, ich muss andere Pfeile ausrüsten. Boah, ich muss auch mal eben kurz was trinken hier. Sonst bin ich gleich mit down. Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das wird eng. Irgendeiner von den Sklaven stört gleich. Ich vermute, es ist quiet. Ja, ich vermute, mein quiet ist gleich weg. Du kannst ihn wegrufen, wenn du irgendwo hinklickst und ee drückst. Nein, er ist... Doch, ich habe ihn weggeordert. Ja, du kannst nämlich den in Kurzzeitgefäde geben. Da ist ein so ein Typ, der noch... Wir haben geschaffen! Darf ich den abernten? Ja, er macht von mir aus hier. Geil, wir haben es geschafft, Leute. Die sammeln sich nämlich mal, die Typen jetzt. Exotisches Fleisch. Oh, schade, der hat nicht mal einen Schlüssel... Stinks oder so gegeben jetzt. Oh, ich dachte, wir kriegen so einen Schlüssel. Wem gehören denn hier die Hände? Ach, meiner. Wö? Das ist... Das sind deine... Für uns liegt da eigentlich nichts. Das haben wir alle überlebt, glaube ich, ne? Aber wie hieß das Viech denn jetzt? Ich habe nicht auf den Namen geachtet. Egal, aber wir haben es besiegt. Juhu! Hat irgendjemand von euch einen Schlüssel oder irgendwas bekommen? Ja, ich habe hier einen Schlüssel. Echt? Ich habe auch nichts. Du hast einen Schlüssel bekommen? Dietrich. Hier ist die Kiste dafür. Oh, ich wollte das total gerne in der Aufnahme zeigen. Okay. Kann man nicht Dietrich hier auch generell finden oder herstellen? Das ist ein Piraten-Autfit. Truhe plündern. Ich brauche einen Schlüssel. Was gibt es da drin? Eine rostige Pike. Darf ich lesen, was das ist? Ja. Vane war als Mitglied der Freihändler ein Söldner, der kämpfte und plünderte, wo immer es ihm befohlen wurde. Er gelangte zu beträchtlichem Ruhm, als er während der Grenzscharmützel zweier chemitischer Städte ein Korridor gegen eine Schar von Feinden hielt. Kurz darauf fiel er aber dem einzigen Leiden zum Opfer, gegen das es kein Heilmittel gibt, der Liebe. Als er einer goldhaarigen Esierkriegerin nach Norden folgte, ließ er seine gesamte Ausrüstung zurück, die der Legende Nacht über... ...die der Legende nach über Nacht von Rost zerfressen wurde. Niemand weiß, was aus Gawain oder seiner Ausrüstung wurde, aber bis heute sagt man über einen Söldner, der die Freihändler wegen einer Frau verlässt, dass er von Gawains Pickel geküsst wurde. Diese rostige Pickel fügt Rüstung zusätzlich durch Dringungsschaden zu. Aha. Abgezogen. Willst du die haben? Nö, nö. Eine legendäre Waffe gefunden. Reiseschritt abgeschlossen. Sehr schön. Habt ihr das auch schon? Nee. Habt ihr das jetzt auch nicht bekommen? Nein. Nein. Hm. Alter, die werfen mit Pingelns hier, mit Silvesterknallern. Was ist mit denen denn? Was, Silvesterknallern? Ja, hier mit, ähm, Bomben. Bei mir ist schon hier nicht. Ich bin immer noch damit beschäftigt, hier die alten Sachen wegzuernten und ihr seid schon mit der nächsten Truppe beschäftigt. Ah, ihr habt's geschafft. Sehr schön. Da gefallen. Ja. Ich hab mich wie ein Mann reingestürmt mit meinem Breitschwert. Mhm. Alles weggemäht hat. Köpfe, Beine, alles flog durch die Gegend. Beifahrtkuchen mitgebracht, als er gekommen ist. Toll. Hier steht, achso. Quite, doch er folgt mir. Doch, folgen mir weiter. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, bis hier den nächsten Truppe schluss. War noch irgendwas in diesem großen Monsterviech drinne, außer der Schlüssel? Äh, falsch. Und Fleisch. Und Fleisch, okay. Göttische Fleisch und Ranken. Achso. Okay, das... Und spektakulär. Aber es war jetzt ja doch eigentlich relativ okay. Also zu dritt konnte man ihn gut besiegen, ne? Ja. Das ging dann jetzt doch eigentlich. Dafür, dass wir da jetzt so unvorbereitet dran sind, spontan und noch die Purge nebenan hatten, war das doch echt gut. Ja. Hier hinten liegt auch noch was rum. Aber ohne die Sklaven oder so brauchst du da nicht beigehen. Dann mit Nahkampf, Fernkampf drauf und später Nahkampf. Ich glaube von Anfang an Nahkampf rein, das ist zu hektisch dann. Hm. Okay, cool. Chill. Dann kann ich ja jetzt wieder zurück und mein Pferd holen. Aber erntet ihr hier die ganzen Typis nicht ab, wegen der Glaubenssplitter? Ja, das machst du doch. Warum haben die eigentlich hier so alle so rote Liederklamotten bei dir? Weihnachtszeit. Weihnachten, die sehen nicht so natürlich weihnachtlich aus. Ich glaube, die sehen auch was andere aus. Ja, ich muss noch weiß mischen und dann werde ich den Rand auch weiß werden von denen. Wir haben bald Ostern, ne? Wir kriegen die Tüpfel mit zu hin, oder was? Zu Ostern haben die alle Buschel-Schwätzchen dran. Ja. Ah, das ist aber auch nicht. So, ab ins Wasser. Ja, dann hole ich jetzt mein Pferd. Und dann würde ich Richtung Fledermaus-Turm weiterziehen. Ja, ich gehe auch gerade zu dir und troll. Plötze. Plötze. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder Zeit, bis die nächste Pferd auslöst. Weil bis der Balken wieder voll ist, dauert es doch durchaus einen kleinen Moment. Der ist ja schon wieder halb voll. Ja, halb voll, aber halt nicht voll. Ist schon okay. Aber dafür, dass man die jetzt gerade erst fertig hat, wie viele Minuten waren das? Nicht mal fünf? Ich finde, das geht irgendwie viel zu schnell. Was meinst du jetzt? Dass wieder eine Purch kommt. Nein, das liegt ja daran, weil der Balken schon voll gewesen ist. Wenn der Balken voll ist, dann kann jederzeit eine Purch eigentlich auslösen. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass mindestens drei Spieler auf dem Server sind und der erste Spieler, glaube ich, vor zehn Minuten, also vor Start der Purch zehn Minuten vorher draufgekommen ist. Und das passt ja ungefähr. Ich war ja die ganze Zeit schon drauf. Dann bist du dazu gekommen, dann ist Steiner dazu gekommen und dann konnte die Purchheit relativ schnell auslösen. Ja, aber der Balken ist doch jetzt schon wieder fast voll. Und der füllt sich doch jetzt, während wir spielen. Das heißt, wir könnten heute Abend doch noch eine Purch haben, oder nicht? Nein, der Balken, je nachdem... Nein, nach 21 Uhr geht nichts mehr. Genau, nach 21 Uhr geht nichts mehr. Und je nachdem, wie viel da weg geht. Also der Balken, der hat sich nicht vollständig... Na gut, da haben wir ja noch eine halbe Stunde. Ja, aber in der halben Stunde wirst du nicht mehr so viel bauen können, weil ich habe die Aktion ziemlich hoch angesetzt, dass der nicht sofort gleich wieder voll ist. Also glaub mir, der wird heute nicht mehr voll. Hoffentlich. Ich möchte jetzt zum Fledermaus-Turm. Ja, machen wir auch jetzt. Ich habe hier so viele Beine und Arme jetzt in meinem Inventar. Ich muss die jetzt alle in meine Presse schmeißen, weil ihr das immer alle von mir wollt. Das ist so grausam. Weißt du, was da an grausam ist? Ich meine, was wollen die Leute mit den Sachen? Sollen die die wieder annähen? Die sind doch ab. Ab ist ab. Wieso brauchen die auch nicht mehr? Mache Blut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jemand sagt, ey, ich will meinen Arm wieder machen. Ich mache es als Kette. Ich weiß gar nicht, ob aus den einzelnen Armen auch was rauskommt. Das passt schon nicht mehr rein hier. Nee, es kommt, glaube ich, nur aus dem Fleisch, ne? Ja, doch, die Arme und Beine bringen nichts. Aber die Arme und Beine kann ich doch bestimmt den Tieren zum Essen vorwerfen, oder? Die fressen auch die Leibeigenen. Ach ja. Na, das gebe ich dem nicht. Oh nein, das ist anders. Das macht man nicht. Die fressen die auch roh. Das ist wissig. Deins Glauben möchte hier aber auch nicht sein, ey. Ich habe doch nicht gesagt, die muss das essen. Oh nein, meine Hyäne frisst hier keine Beine. Und Arme. Doch, lass die mal richtig runterwirtschaften. Hm. Ah, das ist klar. Die frisst alles. Die klammert sich an jedem Strohhalm. Ich muss hier irgendwo meinen Kack reinschmeißen und ich habe keinen Platz. Das ist frustrierend. Wo ist überhaupt denn nochmal die Fledermaus? War das Ding nicht in der Wüste? Nee, ich führe dich dahin. Warte, ich hole mein Pferd. Pferd! Hätten wir teleportieren können. Voll gefährt. Nein, wir laufen. Ach, wir laufen. Natürlich. So Fuß? Wir lehnen nicht den. Ja, so zu Pferde, ne? Brauchen wir einen Träger dabei? Nö. Träger? Das Einzige, was wir brauchen, ist eigentlich dieser Stab. Den habe ich hier in der Tasche. Jo. Und uns. Und wir müssen gleich halt die Fledermaus besiegen. Pfeiler haben wir eventuell auch. Jo, Bogen auch. Bogen mitnehmen. Ja, ist vielleicht besser. Oh, kukettierst du hier rum? Ja, Destiny? Echt? Du hast kokettiert. Kokettiert? Kokettiert. Jetzt hast du mit dem Finger auf mich gezeigt. Dann nehmen wir Knochenpfeile. Oh, ich habe hier Feuersteine und Knochenpfeile in der Tasche. Wenn die einen leer sind, dann nehme ich die anderen. Eisenkopf. Ich habe Eisenkopf, ey. 357 Stück. Ei, ei, ei. Oh. Gleich was ganz freies. Mein Pferd eigentlich leer. Jo. Ist das so eine Wärmerüstung, die du hast? Nee, ne? Ähm, nein. So gesehen nicht. Das ist halt eine schwere Rüstung aus Elefantenhaut. Und wenn ich hier jetzt so stehe, dann macht die bei mir drei Hitze resistent und dann vier Kälte. Aber das stimmt so nicht. Das ist irgendwie, glaube ich, gebietsabhängig, in dem, die diese Werte hat. Weil hinten im Eisland war das definitiv nicht so, dass ich da so viel Widerstand hatte. War schon echt kalt. Wenn wir teleportieren, teleportieren unsere Viecher mit. Ähm, ja, wir würden dann halt, ähm, wahrscheinlich ja in die Wüste mittig rein teleportieren zum Mobilisten. Ja, den habe ich aber noch nicht. Weil, ähm, welchen hast du denn? Ich habe nur den beim, ähm, beim Abgrund. Und den in diesem, beim Kartenraum in der verbotenen Stadt. Okay. Oder wir laufen eben zur Wüste rüber. Genau, dann aktiviere ich den und dann latschen wir zum Fledermaus-Turm. Okay, dann lauft ihr mal dahin und ich komme zum Fledermaus-Turm nach. Oh, dein Pferd sieht ja cool aus. Das stimmt. Der hat eine coole Rüstung. Du bist richtig, richtig, äh, wie heißt das hier? Modisch unterwegs. Ja. Herr Steiner. Die Rüstung soll die, äh, Gegner abschrecken. Aha. Hast du richtig Stil hier? Mhm. Also wenn ihr so ein Gegner ist wie Germanin, dann schreckt das nicht sonderlich viel ab. Dann macht die hinterher noch Selfies mit deinem Pferd. Ja. Aber wollen wir nochmal da drüben den Schildkröten-Boss vielleicht sonst machen eben? Wenn der da ist, der König. Wo bist du denn jetzt? Ich schwimme hier so rüber. Da. Wie so. Meistens läuft hier in der Bucht so ein Schildkröten-Boss rum. Den könnten wir auch nochmal eben machen. Wenn wir schon mal hier zu, mit so viele sind. Was haben wir? Was haben wir? Ich hoffe, der ist jetzt auch da. Ich bin da nämlich mal drauf los in Staffel 1 und dachte, aha, guck mal. Das ist so ein normales Schieferrücken-Ding und plötzlich sah der anders aus und dachte ich so, kacke, jetzt muss ich aber schnell weg. Ja, er ist da. Ich glaube, der ist das. Ich weiß nicht, ob er da auch lieber mit dem Boot... Nee, ich glaube, das mache ich jetzt mit einem Stahlschwert. Ja, bei dem können wir da so rangehen. Der ist eigentlich gar nicht so mächtig. Ja. Oh, da kommt er ja schon. Tadaa! Ist schon getriggert, ne? Bloß nicht wahr. Na drauf, da. Ich mache aber gefühlt gar keinen Schaden. Ach doch, der ist nicht so stark. Der hält viel aus. Was soll der machen gegen uns? Oh, ich muss Ausdauer tanken. Das sieht gut aus, Jungs. Toll, man. Hoorah, hier. Hat der wirklich keine Chance. Yay! Yay! Geschafft! Und wir haben einen Schieferrücken-König-Kopf den Kopf einer Boss-Kreatur beschaffen. Reiseschritt abgeschlossen. Vielen Dank! Weiter geht die Reise. Ich habe einen Kopf gekriegt. Schieferrücken-König-Kopf. Ja, einfach mit seinem Router durch die Gegend läuft. Ja, schon stylisch. So, wie kommen wir jetzt an die Wüste am besten? Oh, die falsche Taste gedrückt. Ich Horschi. Hier irgendwo? Irgendwo? Ich glaube. Ja, hier einfach geradeaus durch. Ja, das sieht gut aus. Hier den Berg hoch und dann da oben rüber. Oder drunter durch. Ja, doch, das sieht gut aus. Sind hier nicht auch die Todflüsterruinen? Ja, hier. Wollen wir da rein? Ja, können wir. So viel zum Thema. Ach ja. War da der Boss-Krokodil drin? Nein. Nein. Die Drachen. Ja. Oh. Achso. Ja gut, dann ist ja das Breitschwert. Ich wurde voll ungekickt. Ich weiß gar nicht, ob die Pferde, sollten wir die vielleicht hier vorne stehen lassen, weil ich meine, die waren drinnen immer relativ störend. Hauptsache, die stehen ein bisschen abseits von dem Druck. Gesundheit. Meine Güte. Okay, danke schön. Das ist bestimmt der Hut weggeflogen. Ja, genau. Die müssen ein bisschen abseits stehen. Ja, hier hinten dürfte es, glaube ich, gehen. Okay. Müssen wir nur nachher diesen Ausgang auch wieder nehmen. Ja, stimmt. Es gibt ja noch einen anderen, ja. Dann machen wir die Todflüsterruinen. Die könnten uns auch irgendwann mal mit dieser Spinne oben beschäftigen, ne? Das machen wir alles. Vielleicht haben wir heute einen Lauf.